Herzlichst Willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Channel. Jede Woche sind wir momentan dabei und auch heute komme ich geil weiter voran. Ihr seht, es geht noch um Schalker. Und wir sind auch mit dem Schalker-System beim letzten Mal, ja, nicht an einem so passenden Moment stehen geblieben, denn ich habe die Lagerplanungen weitergemacht. Nur bevor ich das Lager bauen konnte, ist noch jede, jede Menge passiert. Und was das ist, welche coolen Momente wir erlebt haben, seht ihr heute. Schaut gerne auf Twitch vorbei und gerne auch auf meinem Community-Discord. Und dann würde ich sagen, rein ins Video. Let's go. Es bockt einfach nicht. Es bockt nicht, Digga. Diese Bauart und Weise ist zum Kotzen. Ich könnte natürlich das Lager auch einfach umsetzen. Dass wir das Lager nicht da oben bauen, dort, sondern da unten. Und müsste nicht immer nach oben fliegen oder so. Und ich hätte es einfacher mit dem Redstone-System leiten und mit den Knöpfen. Und mit allem hätte ich es einfacher. Und dabei könnte man dann hochgucken und hätte über einem die Farm. Das ist gut, Digga. Wir bauen da unten das Lagersystem. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht eine Stunde oder so am rumtüfteln. Da kann man danach auch noch auf die Idee kommen, das doch nochmal umzusetzen. Damit es am Ende besser aussieht. Das System kommt nach hier unten und wir bauen, also ich nehme mal hier so, irgendwie um den Dreh, dass wir nach oben gucken können. Wie bei der Weight Farm, ne? Bei der Weight Farm gibt es das ja auch. Und dann sind alle glücklich hoffentlich und am Ende funktioniert das. Dann können wir nämlich das Redstone-Signal auch nach oben leiten lassen. Bedeutet, über was war das jetzt? Über was geht ein Direktions-Signal nach oben? Über Half-Slaps, ne? Heißt über Half-Slaps. Da müssen wir dann nicht tausend Knöpfe setzen und dass sie dann noch beschissen am Ende aussetzen und hinschauen und whatever. Sondern dann machen wir das dann perfekt. So, wie weit müssen wir jetzt runter? Das ist die Frage. Wenn ich jetzt hier den Boden hinbaue. Die können nur neun Blöcke nach unten, aber was ist, wenn das Lager groß wird? Okay, wir gehen doch noch tiefer. So, das muss aber reichen. Guck mal, das ist gefühlt fast über Wasserdecke. Guck mal, zack, dann kommt hier, hier offiziell die Höhe. Ne, ne, doch nicht offiziell. Ein Block weiter tiefer. Heißt hier offiziell die Höhe des Lagersystems. Da kommt Zinschat. Ist jetzt fest. Ist jetzt abgemacht. So, dann mit Power hier mal die Fackel. Scheiße, wie mache ich denn das jetzt? Warte, Chat, sagst du nicht. Ich gucke nicht in den Chat. Ich mache es so, wie ich denke. Okay, passt auf. So. Wofür brauche ich den Chat eigentlich, Digga? Wofür brauche ich einen Chat? Oh, mega, Lul. Einfach der Redstone-Profi. Der Redstone-Profi, nämlich wie er leibt und lebt, Junge. Perfekt. Das sieht sehr gut aus. Also, wir haben die Grundplattform jetzt da unten. Ihr seht. Und da ist jetzt so eine Linie, die nach oben geht, die im Prinzip das Redstone-Signal dafür hergibt, dass wir die Farmen an- und ausschalten können, wie wir wollen. Das ist ultra wild. Das ist ultra cool. Das werden wir in Zukunft, also ich weiß nicht, ob wir das umdesignen, weil das sieht, glaube ich, in Zukunft, wenn dort unten das Lagersystem ist, sieht das bestimmt relativ cool aus, wenn hier was hochgeht. Also kann ich mir vorstellen, zumal wir, glaube ich, eh einen Fahrstuhl bauen, während es ein Network-Portal geht. Also, schwierig. Also, ich baue das Lagersystem tatsächlich bei der Farm erst, wenn es 100%ig funktioniert und nicht schon vorher, weil das würde keinen Sinn machen. Eventuell, also nur eventuell, ganz theoretisch gesagt, habe ich auch am Anfang dieses Videos oder am Anfang letzten Videos schon erzählt, dass wir unter diesen Abteil, den ihr hier seht, noch Knöpfe setzen müssen und wir das dann so richtig krass mit, ja, Gerüstblöcken machen, die so nach oben gehen und dann bla 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 machen wir das so auf ganz easy Basis, weil ich das damals schon nicht wusste, wie das geht. Und eventuell ist jetzt der Step gekommen, wo wir das noch erledigen müssen. Digga, was soll ich euch sagen? Ich habe es voll verpeilt. Ich habe nicht dran gedacht. Ich dachte zuallererst, dass, ähm, ich habe nicht dran gedacht. Ich dachte gar nichts eigentlich. Ich dachte, wir sind fertig und ich dachte, wir können jetzt ganz entspannt die Schalker holen gehen und alle sind zufrieden, alles ist gut. Dabei muss hier an die gesamte untere Seite noch Knöpfe gesetzt werden. Dann zünden wir mal die, äh, Portale an. Oh, endlich Portale. Kannst du mal erklären, was die Farm macht, wie die funktioniert? Weil es ist eine Schalker-Farm. Im Prinzip kommen hier Schalker rein, die debilizieren sich, die Schalker teleportieren sich neben die, äh, Nether-Portale. Gehen dann in Nether, im Nether werden sie mit Schaden demoliert und, ähm, werden dann in die Oberwelt wieder verfrachtet, um da getötet zu werden. Ganz easy. Also, zack, Nummer eins. Nummer zwei. Hä? Junge, hast du mich gerade durch Glas geboxt? Was war denn das für ein Hack, Alter? Hier fehlt eine Glaswand. Ja, perfekt, Junge. Okay, dann bauen wir mal ganz kurz die Glaswand. Einmal. Dann das. Dann hier. Digga, Nether einfach komplett überfordert mit dem ganzen Anzünden der Portale. Und dann gehen wir mal ins allerletzte, was wir jetzt hier gleich anzünden, Chad. Und gucken mal, ob das dahin führt, wo wir hinwollen. Also müsste es rein, theoretisch. Ah, au, au, au. Ja, perfekt. Wir kommen genau richtig raus. Alles gut. Genau richtig. Dann haben wir die Nether-Portale am Brennen. Redzone ist gelegt. Lagersystemplatz ist gelegt. Ähm, Redzone an sich, stuffmäßig, ist alles fertig. Dann würde ich jetzt sagen, statten wir noch die letzten Schritte oder die letzten Blöcke mit Knöpfen aus. Zum Beispiel hier. Hier muss ja alles noch mit Knöpfen ausgestattet werden, Digi. Das fehlt ja noch. Und sonst, alter, Bruder, wie sexy sieht denn das aus, bitte. Das ist ja mal mega sexy. So, wo hat denn, äh, kurze Frage, wo hat denn der Glasblock gefehlt? Ah, hier, Glasscheiben fehlen, meinst du? Dö, 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 dö. Wir müssen auch unbedingt noch Items in die Glocks tun. Digga, es gibt noch so viel zu tun. Da müssen noch Minecarts rein. Hier, ne, in die Doppelkisten müssen Minecarts. Die muss ich doch auch anschalten, Digga, dass das alles funktioniert. Das ist alles jetzt noch unfertig. Das sind diese Feinheiten, die ich nicht mitgebaut habe. Das, das, da dürfen wir auch nichts vergessen, Digga. Das ist ultra, ultra wichtig alles. Guck mal, und dann stellen wir uns jetzt einfach hier hin und, äh, craften, würde ich sagen. Ab dafür. So, und hier müssen, die müssen doch aber auch Lohren rein, oder nicht? Gehen die jetzt, da gehen jetzt im Prinzip dann Lohren rein, wenn ich jetzt hier diesen Knopf drücke, oder was? Hä, wie? Achso, achso, achso. Da müssen doch keine Lohren rein. Bruder, Bruder. Ey, nein, stopp, doch, Mann, Digga. Ja, wo willst du denn auch hinfahren, Junge? Achso, jetzt habe ich es verstanden. Das hier ist das automatische Nachfüllsystem. Hä? Aber, achso, oh mein Gott. Oh, ich habe es verstanden. Ich habe die gesamte Farm gebaut und jetzt habe ich es, jetzt verstehe ich es. Alter, Junge, nice, Mann. Mann, das ist ein schönes Gefühl, jetzt fühle ich mich ultra-intelligent, ich habe viel zu viele Lohren gecraftet. Stabile Sache, Digga, wo soll ich mit meinen ganzen Lohren hin? Ich erkläre es euch gleich so, dass, dass jeder es versteht, auch die dümmsten Dummköpfe unter euch, so wie ich es die ganze Zeit war. Aber jetzt bin ich schlau. Jetzt bin ich gebildet, ich habe mich weiterentwickelt, voranentwickelt. Ich bin zu einem kranken Motherfucker geworden, Alter, in der Zeit hier. Also, ich habe die ganze Zeit dieses gesamte System nicht verstanden. Ich war voll verwirrt, überfordert, ihr wisst, alles, okay? So, aber jetzt, passt auf. Also, das hier ist ein Dropper-Minecart-System. Dieses Dropper-Minecart-System dient dazu, dass wenn beispielsweise hier jetzt eine Lore stirbt, dann gibt diese Lore, äh, Lore, dann gibt diese, ähm, Dings, Mann. Ey, warte, ich, warte, nochmal neu, okay, von vorne. Also, wenn wir, ähm, wie heißen die denn? Schalker, genau, wenn wir Schalker haben, dann kommt ja hier eine Schalker hin, die da vorne ist. Und sich im Prinzip dupliziert. Wenn die jedoch stirbt, wird diese Schalker, die hier ist, nachgefüllt. Automatisch. Wenn die nachgefüllt wird, gibt diese Schiene ein Signal und dieses Redstone-Signal wird weitergeleitet. Führt dann hier rein und hier wird ein Signal ausgegeben, dass hier ein Minecart spawnt. Dieses Minecart fährt los und, ähm, hier kommt dann die Lore, die hier, oder die, äh, die Lore und die Schalker, die hier sind. Das wird dann eingelagert, fährt dann nach hier und hier ist dann die Weiche so gestellt, dass es dann da eingelagert wird, so wo es hin soll, ne, ist klar. Jetzt die Frage, wie kann es passieren, dass hier Schalker hinkommen? Ganz einfach beantwortet, Digga. Indem die Schalker, die im Prinzip sich dort duplizieren, so einen Radius haben, sich bis nach dort oder bis nach hier zu duplizieren und sich hier hin zu teleportieren. Beziehungsweise sind das nicht die, sondern die, die hier rauskommen. Also die gehen dort ins Portal, gehen in die andere Welt, kommen aus der anderen Welt raus und eigentlich werden die hier getötet. Aber dadurch, dass sie hier direkt den Platz finden, wo sie hin teleportieren können, gehen sie hier hin, sobald sie Schaden bekommen und sind dann nachgefüllt. So, dann fahren die durch, können sich einlagern, vollautomatisch nachgefüllt werden. Und die Schalker, die auf der anderen Seite wieder rauskommen, gehen dann im Prinzip in den Nether, fahren da 15 Sekunden rum, um dann hier wieder rauszukommen und hier gekillt zu werden über den 24er Killmodus, um uns dann unseren Stuff zu droppen, den wir dann brauchen an Schalker Chails. Alter Bruder, ich habe das gesamte System verstanden. Jetzt hat es gerade Klick gemacht. So, warte, jetzt haben wir hier die Lorn drin, die Items fehlen noch im Hopperding. Da müssen nur am Anfang Items rein, oder was? Oder müssen da jetzt schon Items rein? Ne, jetzt, jetzt spawnen, oh, ne, 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 stopp, stopp, oh, scheiß die Wand doch an, Digga, wo wollt ihr denn hinfahren? Ihr kommt hier doch gar nicht lang, stopp, nein, nein, Jungs, jo, nein, ihr fallt doch alle nur runter, es wird doch nichts. Ja, okay, warte, dann gehen wir jetzt mal in Nether und da müssen jetzt auch noch zwei, drei Items rein und vor allem Minecarts. Da können wir auch direkt eigentlich eine Werkbank mitnehmen und ganz, ganz viel Eisen. So, jetzt muss hier, aber hier haben wir zum Beispiel keine Doppelkisten, Fred, soll ich hier jetzt nur neun Minecarts reintun? Neun Minecarts reichen noch niemals aus, soll ich lieber zwei Doppelkisten nochmal anschließen? An das System, ja, oder? Ja, safe, ich schließe da nochmal zwei Doppelkisten ran. Neun sind mir viel, viel zu wenig, Digga. So, und dann hier, ja, hier, das passt sogar auch, alles ganz gut, das ist ja gar kein Problem. Zack, zack. So, warte, und hier kann ich jetzt schon die Items reintun, die rein müssen. 32, ne? Auf der anderen Welt sind es halt zwei, aber zwei sind definitiv nicht passend, oder? Ich mache erstmal neun. Guck mal, neun sind so. Neun sind auch viel zu lang, Bruder, oder nicht? Neun sind definitiv zu viel. Okay, wir machen mal, wir machen mal erstmal, zwei sind aber auch zu wenig. So, eins, zwei. So ist okay, oder? Was ist denn, wenn wir uns jetzt hier auf den Boden stellen? Boah, Bruder. True. Ich bin's. Relation, Alter. Junge, holy shit. So, ab dafür, weg mit den Lohren, Digga. Wir brauchen ganz viele Lohren. Ähm, zwei Doppelkisten bedeutet, das sollte schon reichen, was ich jetzt habe, tatsächlich. Das auch. Ja, ist halt... Oh, äh, ja gut, Digga. Das ist natürlich schön doof, das funktioniert ja so gar nicht. Ich muss das, ähm, ich muss die Dings umleiten lassen. Wir müssen den Trichter an den anderen leiten lassen, weil sonst werden ja die Minecarts gar nicht aufgesammelt, Digi, die hier rein müssen. Aber die werden ja an sich dann gar nicht aufgesammelt, ne? Das wäre ja jetzt schön blöd. Oder ich lasse die Items einen Blockhör zerstören einfach und dann in die Doppelkiste. Ja, okay, wir lassen... Ich bin dumm, wir lassen uns einfach einen Blockhör zerstören. So, das funktioniert jetzt aber, wa? Dann haben wir hier auch jeweils eine Doppelkiste im Prinzip an Platz für die ganzen Minecarts. Geht die Farm schon? Ja, wir sind jetzt übrigens auch fertig. Wir testen den ganzen Shit hier gerade. Also, die Farm geht nicht, ne. Aber, ähm, wir haben Redstone-mäßig soweit alles fertig und hier funktioniert irgendwas nicht mehr. Achso, oh, da fehlt der Hopper hier unten. Warte, äh, jetzt? Hä? Achso, da fehlt hier. So. Jetzt aber, oder nicht? Ja, jetzt. Jetzt geht's wieder. Wir sind jetzt fertig. Das ist sehr wild. Warte, wir können nochmal... Wir gehen immer nochmal in die Overworld und gucken uns den Shit da an, Alter. Na hier, im Mittagessen ist gerade Flasche halb explodiert. So, aber zuallererst müssen wir schlafen, Junge. Nacht ist absolut der Abfuck. Denn bei Tag, seht ihr auch... Wir haben hier nochmal zwei Extrakisten rangemacht vorhin. Und auch, äh, hier ist alles soweit in bester Ordnung. Ich würde hier jetzt aber nochmal Hebel ran machen. Ja, da ich es im Prinzip ein- und ausschalten kann. Und dann hier, äh, 32 Items rein, wa? Äh, nee, 27. Einfach für meine Geburtstagszahl machen wir 27. Perfekt. Ja, dann funktioniert die Glock auch. Sonst funktioniert soweit alles. Wir machen jetzt nochmal einen Grundcheck, also ob überall Knöpfe gesetzt sind, ob es hier noch irgendwo spawnbare Blöcke gibt oder sonst was. Ähm, dann würde ich noch einmal das Portal setzen, dass wir im Prinzip nicht über die Portale, wo im Prinzip die Schalker dann durchgehend im Betrieb durch haben, durchgehen müssen. Sondern ich würde einmal ein, äh, Portal weiter wegsetzen. Was mir im Prinzip ermöglicht, zu der Farm zu kommen. Also ich schätze mal hier, hier sollte schon reichen oder so. Dass ich darüber immer zu der Farm gehen kann und nicht irgendwie anderweitig. Und wenn alle Knöpfe gesetzt sind, wenn alles kontrolliert ist und wenn wir die, ähm, das, äh, Portal umgesetzt haben, können wir eigentlich die Schalker holen, glaube ich. Das ist, wenn ich hier vorne bin, dann hört man mich natürlich besser. Ist verständlich, ist klar. Aber wenn ich jetzt hier sitze, wo Emi sonst sitzt. Das sind die Fragen, die wir uns heute stellen müssen. Letzter Test. Ich glaube, ich nehme das einfach so, wie ich setze es heute. Und gucke heute, wie es sich damit, äh, streamen lässt. Schon mal vor, irgendwann, ich laufe so meine Survival-Welt lang. Oh, wie cool. Ja, das ist wirklich cool, oder nicht? Nach dem Bicken-Upgrade, dass ich jetzt eine GeForce RTX 3080 Ti hier in meinem PC verbaut habe. Und wir eigentlich nie wieder große Lags haben können mit besseren Aufnahmesettings, etc. pp. Gibt es jetzt noch mehr? Das klingt einfach, als wäre ich von heute auf morgen reich geworden. Ich habe nämlich ein neues Mikrofon. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie sich das anhört. Ich weiß nicht, ob man es an sich hört. Das ist für mich heute auch der erste Stream. Aber der Chat beschwert sich noch nicht. Also es ist erst mal scheinbar ganz gut. Äh, ja, wundert euch nicht, wenn ihr Audio ab jetzt plötzlich im Video umswitcht. Das ist dann, ja, weil halt das neue Mikro da ist. Aber ich muss sagen, mir gefällt das bisher besser an sich. Das Problem ist, man hört bei dem Mikro ein bisschen lauter die Klicksounds. So, wenn ich jetzt hier rumlaufe oder so, hört man das sehr stark. Und da will ich noch dran arbeiten. Denn wir müssen jetzt komplett mit Adler-Augen genau einen Check machen. Und da bitte ich auch den Stream, schärft eure Sinne, schärft eure Augen. Ähm, wir müssen jetzt genau gucken. Zum Beispiel dort, so eine Stellen darf es nicht geben. Wir müssen diese Stellen abdichten mit Knöpfen. Wenn ich jetzt die Schalker holen würde, die sind dann hier, ne, vor Ort. Und ich will jetzt zum Beispiel das Item-Up-Transport-System hier bauen. Bedeutet, dass, ähm, die Items hier im Prinzip einfach nur via einer Clock runtergedroppt werden. Und unten werden die dann aufgefangen und ins Lagersystem gebracht. Könnte das zu einem Problem werden, weil die Schalker mich einfach durchgehend abschießen? Oder soll ich den Dropper jetzt so schnell bauen? Werden nicht abschießen? Boah, das ist ja dann anders nervig. Habe ich ja eigentlich gar keinen Bock drauf. Dann bauen wir den Dropper jetzt gleich schnell. Ist ja keine, keine Arbeit. Dann droppen die Items einfach ins Nichts erstmal. Und wir fangen die dann unten mit der Zeit auf, wenn es so weit ist. Weil, da, da muss ja nichts hin. Da muss ja wirklich nur ein Dropper hin. Da muss ja nicht mal Glas außenrum eigentlich. Da muss ja einfach nur ein Dropper hin. Und das fällt dann einfach quer nach unten. Und unten fangen wir es auf in einem kleinen Becken oder so. Das ist ja kein Ding. Wir brauchen nur zwei Beobachter. Dann einen Dropper. Dispenser. Da einen Dropper. Dann brauche ich noch einen Verstärker, der im Prinzip das Signal weitergibt. Genau. So, das reicht vollkommen aus. Vom Tick-Speed her. Perfekt. Dann werden die Items direkt runter gedroppt. Wir müssen es dann unten nur auffangen. Der Rest ist soweit durch. Soll ich Tipps zum Schalker holen schicken? Ja, deutlicher. Sehr gerne. Aber wir können uns auch nochmal das Video angucken. Oder glaubt ihr, wir kriegen das hin? Eigentlich ist es doch nichts, außer die Schalker in den Minecart bekommen und das Minecart bis hierher transportieren. Mehr passiert doch dann nichts. Das ist doch wie, als würde ich ein Schaf holen, oder nicht? Schalker mit Minecart holen. Denn, wenn man keine Rüstung anhat und mehr als einen Block von Schalkern entfernt ist, sieht er dich nicht. Was? Okay. Die Minecarts direkt an das Endgate-Wail-Portal führen. Ja, ist klar. Danach mit den Schalker mit einer speziell konfigurierten Activator-Wail in das Endportal geben. Er endet dann im World Spawn, welchen du bestimmen kannst, indem du durch das Endportal droppst. Und beim nächsten Mal heißt die Mission dann Schalker holen. Es wird unheimlich krass, seid dabei.